hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen let's play auf dem kanal wir spielen late shift ist ein interaktiver film vielleicht erinnert ihr euch noch an her story nur dass das hier ein bisschen ich sag mal räumlich gesehen ausufernder ist als her story wir sind nicht nur in einem einzigen raum ja wie ihr seht neu laden ich hab schon versucht und dann schmiert er mir auf einmal alles ab und ich kann die aufnahmen die bis dahin nicht benutzen nicht dass ich weit gekommen wäre aber das ja egal ich gucke noch mal kurz in die einstellung ich bin mir nicht ganz sicher ob die musikeinstellung nur die musik leiser gestellt hatte oder ob das auch für ich weiß nicht was der mixer macht ich will jetzt auch nicht reingehen auf jeden fall hat ein interaktiver film verschiedene entscheidungsmöglichkeiten verschiedene enden wohl auch verschiedene möglichkeiten was passieren kann je nachdem wie wir uns entscheiden ich werde es allerdings nur ein einziges mal durchspielen wenn ihr andere möglichkeiten sehen wollt kann ich das gerne noch mal im stream spielen vielleicht dann mit hilfe sozusagen dass der chat entscheidet oder ihr müsst es euch selber kaufen eure entscheidung könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie es euch lieb wäre wir starten auf jeden fall ein neues spiel und hoffen dass es diesmal nicht abschmiert alles ja diesmal ohne abschmieren übrigens nur mit deutschem untertitel der rest ist also sprache ist komplett auf englisch central movie und söhne eine großstadt bei nacht ein neues spiel du hast es ein bisschen ich bin ich bin das ist es es aber ich bin mit ich bin in ich bin ich bin nicht Schon ein bisschen Egoismus, weil nach ihm kam auch keiner mehr rein, weil er ja einfach stehen geblieben ist. Und wir haben unseren Zug noch gerade so erwischt. Wer hätte das gedacht? Mich bräuchte man ja nicht nach dem Weg fragen. Auch nicht nach dem richtigen Bahnsteig oder so. Nicht mal hier in der Stadt, in der ich wohne und in der ich geboren bin, weil mein Hirn setzt aus, wenn mich fremde Leute nach dem Weg fragen. Das ist so. Schicker Schlitten. Und wir schieben die Nachtschicht. Und hier sind sie. Die wichtigste Beziehung, die ich in meinem Leben hatte. Mit einem paar Metall-Wimbos. Oh, look at you, my beauty. You could keep me in college for over a decade. Beide. Beide the way he saturates it with his ego. Ah, here he is. Did you put all wrongdoers to flight? You can leave the key to me, sir. I'll park the car for you. I'm not the driver, son. Do you beg your pardon, madam? No problem. No tip. Arschloch. Thank you. You know, sometimes choices are so small, you don't even see them. You are your decisions, that's what shapes you. And that last one shaped me into a little bit of a chauvinist. Just like that pig in a suit. Ja, aber ich wäre auch erst mal von ausgegangen, dass er der Fahrer ist, wenn er mich zuerst anquatscht. Na nu, wer kommt denn da? Ach. Ach. Forget something. Not exactly. I'm sorry about before. You know, just assuming like that. Oh, ignore him. He was being an arsehole. You think your boyfriend's an arsehole? Don't you? But, uh, he does have a nice car. What are you reading? Just had a little bit of light study. Looks pretty heavy to me. Can I help you with something? Uh, I need a favour. I need the keys to the Maserati. Does this talk to Brent, though? Of course he does. Okay. Okay, then you want my sign in for it, then? Okay, he doesn't know. It's a secret, but I really need those keys. It's just for tonight. I'll be back before two. Warum? Before one? I want to know why you need the car. We don't need to worry about that. Fine. I won't. That's my job not worth. Also, I mean, that can be the job cost. Ah, look, forget it. There is no way I'm letting you drive a 200.000-pound car out of here tonight. Alright? What? Ähm, Monitor? Ist da irgendwo was? Da. Da macht sich einer am Auto zu schaffen. Aha. Dann gehen wir mal nachschauen. Und du, Fräulein, kriegst kein Auto. Die Schlüssel bleiben, wo sie sind. Und du, Fräulein, kriegst kein Auto. Und du, Fräulein, kriegst kein Auto. Okay. 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 So, was ist da los? Mhm. Kabel runtergeholt? Nee, abgeseilt. Ah. 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 Ja, komm. Bevor er uns erschießt. Schau. Back it in the car. Was? Aber... Und die Schlüssel? Wir haben zufällig natürlich die Schlüssel bei, oder wie? Nee, ich glaube, Rennen bringt nicht viel. Der richtet eine Knarre auf uns. Wir fahren mal lieber. Aber mit einer Hand kann der bestimmt immer noch gut genug schießen. Ich würde es lieber nicht drauf anlegen. Ich würde es lieber nicht. Nein. Okay. Ja, komm komm komm, lauf! Nein! Verdammt! Mist! Ja. Wer ist das? Es ist die Nachtgarten. Was ist das? Ja. 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 Marvellous 12th-century Cabinets with its hidden compartment. Just try to keep your pelvis dry. I'm sorry. If I had that kind of money, I wouldn't spend it on a fucking sideboard. Why don't you try not talking at all? What is she doing? So we come to what I feel must be the highlight of our sale this evening, lot 247. And to introduce it, first I'd like to pass you over to our expert, Miss Katie Tramp. Katie. What we have here is an absolutely exquisite example of late Ming dynasty porcelain. Downstairs now, mate. Is the ball there? One of only three insane examples of the red Phoenix pattern known to be in existence. Sebastian, if you would please. Thank you very much indeed, Katie. It is a truly exceptional piece, the sale of which cannot be passed without remarking that its owner, Mr. Samuel Parr, who is far too modest to mention it himself, has agreed to donate 50% of the sale proceeds to the Chinese Art Restoration Fund. And so, we should begin the selling. Thank you, Katie. Thank you, Sebastian. And I would like to start the bidding fees at £2 million. £2 million. Thank you, ma'am. £2 million I have. Do I know it? Three I'm looking for. Do I hear three? Three at the back. Thank you, sir. Do I hear four? Four. Four to the lady. Thank you, ma'am. Four I'm big. What the fuck are you doing? Do I hear five? Yeah, what the fuck are you doing? Five I'm looking for. Five I have. Do I hear six? Six I'm looking for. Six to my right. Thank you, sir. How powerful did you say these choices are? Do I now hear seven? Seven I have. The blade. Thank you. Bidding. Seven. Do I hear eight? Eight I'm looking for. Eight with you, sir. To your bid. Looking for nine. Matt, stop her. Mmm. Ach, komm. 21%. Nine to the lady. Thank you, ma'am. I'm looking for nine, five, ladies and gentlemen. Nine, five. Nine, five. Nine, five to my right. So do I hear ten? Matt, stop this. Don't talk to him. Talk to me. We're looking to break ten. Thank you, ma'am. Are you out of your fucking mind? Ten, we have. We are at eight figures in the room, ladies and gentlemen. Ten is your bid, ma'am. Against you now, sir. So do I hear ten, five? You are so in love with this. Ten, five. Ten, five I have. Thank you. Now do I hear eleven? Nein! Ach, warum kann ich sie ja jetzt nicht mehr aufhalten? Eleven, it's your bid, ma'am. Yeah, got a feeling. Eleven, so. We have eleven, five. Eleven, five. So the chances of getting away with another bid in this. Eleven, ma'am. Eleven, five. Trust me. Eleven, five. Eleven, five I have. Können wir sie nicht aufhalten? Können wir sie nicht aufhalten? Komm, halt sie auf. Eleven, five with you, sir. Fair warning. I'm selling. Äh, nein. Eleven, five twice. So, to the gentleman on my right for eleven and a half million pounds. Thank you very much, sir. Congratulations. I guess we'll never know, will we? Come, let's get out of here. The wall doesn't turn on mathematics, you know. Yeah, well, mine does. Well, maybe that's your problem. Right now, you're my bloody problem, darling. A problem that just increase your cut by about 25%. Now that's mathematics. All right, where to? The basement. Jeffrey's going to call the left and downstairs. Okay, and then? Then you're going to take out the security guard. Was? Was? Ja, komm, wir befolgen erst mal den Plan. Vielleicht müssen wir ja niemanden erschießen oder so. Ein, zwei, eine Million. Du hast es gut gemacht. Stopping mailing like that. We're going into it. Follow me. Just seems to like the rush. You don't say. Okay, the assistant's packing up. You've got to move. Right now. Wait, here. When Simon gives the word, move out to the middle of the corridor and wait for the guard to come to you. Just so you got lost looking for the box. Simon, who's the guard's image? He's not going to believe that. I'll handle that. Ready? Yeah. Ready? Yeah. Go. Ach komm, ich will wissen, was passiert. Will mir mitmachen. Wir hätten hier's natürlich auch alarmieren können. Stop right there, sir. This is a restricted area. What do you think you're doing down here? I got lost coming out of the lift. No, this floor was straff only. Oh, I was looking for the toilet. No, you wouldn't have come down here unless you meant to. Yeah, come, okay. Ich hab ja gesagt, ich will wissen, was passiert. Vielleicht aber nicht die gute Schüssel fallen. Die ist da bestimmt drauf. Okay. Oh, was? An mir wollte er sich nicht die Hände schmutzig machen und den erstickt er jetzt? Ah, wobei, wenn er nicht lange genug zudrückt, wird er nur ohnmächtig. Ist aber auch nicht so viel besser. Ich hätt abhauen sollen, als ich die Chance dazu hatte bei ihr oben am Fahrstuhl. Aber jeder weiß, ob's geklappt hätte. Ach, und da drin geht die Schüssel jetzt nicht kaputt in seiner Tasche? Ja, komm. Das Problem ist ja, Typ hat da gerade einen wahrscheinlich erwürgt. Also, ich möchte es jetzt nicht drauf anlegen. Okay, 3, 2, 1. Got it, wir in.